Hallo, weil, ähm, was wollte ich jetzt auch mal sagen? Ich hab keine Sprechrolle, das macht mich ein bisschen traurig. Nein! René holte zum Schlag aus. Er sah zornig aus. Doktor. Haus. Äh, jo, äh, was hast du vor? Ich will dich boxen. Äh, nee, also, äh, boxen, nee, kann ich dir nicht empfehlen, weil das ist so gar nicht mein Style, alles klar. Ähm, nee, also ich kämpfe mit Worten. Worte, äh, sind mein Schwert, yo. Words are my pumpkin, so, let's add. Mega schwul. Das ist echt Pussy, Armit. Sei ein Mann und box ihm in die Klötze. Anders Bering Breivik stand plötzlich verschwitzt und nackig in der Tür. Er machte den Hitlergruß und riss die Augen weit auf. Oh nein! Was machst du hier, Bruder? Was ist hier los, Soos? Regel Nummer 1. Nach jedem Los gehört ein Soos. Breivik hatte ein Maschinengewehr aus seinem öligen Anus geholt und schoss auf René. Dann flog er davon. Jetzt Torbeantrieb! Boah, alter, René, du wurdest durchlöchert. Das ist unsere Chance, Armit. Lass uns verschwinden. Komm, Barbara, was sagst du dazu? Das ist unsere Chance, Armit. Let's get out of here. Come over. Das ist Barbara. Sie ist hier plötzlich aufgetaucht. Äh, jo, aber was mit René? Er ist, äh, voll verletzt und, äh, wir können ihn hier nicht zurücklassen. Das ist nicht okay. Ich möchte nur dich, Armit. She only wants your big cock inside her, Ahmed. Rebecca zog an Ahmeds Ärmel und wollte mit ihm loslaufen. Doch das gefiel ihm gar nicht. Äh, ey, sexuelle Belästigung. Lass mich, lass mich los, Alter. Ahmed verspürte ein Brennen auf der Stirn und schrie... Bombada Teppichus! Haaaah! Ahmed hatte Rebecca in einen Teppich verwandelt und Barbara wurde zu einem Eichhörnchen. Look, I am a squirrel, awesome. Now I want some big nuts. Und ich bin nur ein Teppich. Tötet mich. Wein, Wein, Wein. Ich trink' nen Sekt vielleicht. Boah, krass, ey. Ich hab' Zauberkräfte, glaub' ich. Ja, jetzt kann ich die Welt ruleen. Kraft meines neu erlangten Amtes werde ich dich erstmal, René, gesund zaubern. Alles klar? Fidibus, Maximus, Hilos, HP, full, prozent. Ich bin wieder gesund. Wir sind ein tolles Team Ahmed. Äh, jo, nee, also dazu kann ich irgendwie nur sagen, also irgendwie sind wir halt nicht so ein Team. Nee, kann ich... Nee, alter, es... Es liegt an mir, aber nicht nur an mir. Ihr findet jemand Neues. Ich glaube an euch. Hä, 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 hä. Gleiche Pole stoßen sich nun mal ab. Es war nur eine Frage der Zeit. Ihr wusstet es doch auch. Wir sollten uns mal mit anderen Leuten treffen. Wir sind einfach an verschiedenen Punkten unseres Lebens. Morgen ist auch noch ein Tag. Es gibt noch viele Fische da draußen. Es war eine gute Zeit, doch es ist vorbei. Ihr seid und bleibt für immer ein Teil von mir. Musik ist keine Lösung. Das Leben geht weiter. Sex ist eine Lösung. Time to say goodbye. Ich sing das jetzt mal nicht. Lasst uns doch einfach, äh, Freunde bleiben und wenn ihr soweit seid, gucken, ob man gewisse Vorzüge implementieren kann. Ich liebe euch Jungs und werde euch nie vergessen. Die Erinnerung ist unsterblich. Ich habe ein wenig Urin im Arm. Anders Behring Brevek war plötzlich wieder da. Denn René war ja noch nicht tot. Er muss sterben. Oh, was? Ich habe alles nicht schon wieder. Not them, not me.